Amicia! Amicia! Was ist mit dem Kontrollpunkt? Hat der einen Helm? Es ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch was richtig und was falsch ist. Ich weiß nicht warum der Nahkampf nicht ging gerade bei mir. Du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Willst du das übernehmen? Rodrik. Komm mach auf hier. Rodrik, du bist dran. Ist recht. Tu es. Wow. Durch. Durch. Schnell. Vorsicht. Geh weg. Oh, die sind viele. Hm, der da oben muss eigentlich zuerst weg. Halt, 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 warte. Sie wollen nicht auf mich hören. Kannst du mich hören? Ist zu hell, ne? Mann, 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 warte. Wo war das? Hilfe. Das ist ja eh. Nein. Hier lang. Warte. Wo war das? Warte. 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 Oh mein Gott. Lauf. Jawoll. So, das. Oh mein Gott. Nein. Der Sack. Der hat ja einen Pfeil und Boden. ... ... ... Das ist doch viel zu hell. Oh, warte, warte. Ähm ... Sehr gut. Da kommen schon mal Ratten. Muss ich die nur dahin locken, ne? So, warte, Vorsicht, der schießt schon da oben. Ne, wer ist denn das eigentlich? Warum nicht? Hä, warum? Oh, als ob der so schnell hinter mir ist. Was macht der Rodrik denn bitte? Nix. Ah, da hinten ist halt auch noch. Hat gereicht, ne? Warte mal, den hole ich mir selber. Nein! Hm, ja, das... Du, 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 du. He. Hui! Aber hab ich da wirklich Deckung? Ja, geht doch. Ey, was macht ihr denn da hinten? Warte mal, ich geh da noch nicht hin. Wir looten erst. Hätte man wahrscheinlich auch schleichen können, oder? Aber kein Bock. So cool, wie die Ratten jetzt... ...vor uns zur Seite gehen. So, was können wir denn eigentlich mal hier herstellen? Was? Hoh? Ladern! Ne, Stoff. Ja, ja, ich höre euch! Aber warte, ich will mal gucken, ob ich upgraden kann. Nö. Hey da! Hey da! Hä? Amicia! Ihr lebt! Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale! Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen! Ihr müsst hier weg! Nehmt die Treppe! Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang! Ähm, das Brändehaus? Wir können nicht zurück! Los! Wir treffen uns auf der anderen Seite! Seid vorsichtig! Los! Ins Haus! Los! Brändehaus! Oh, verschlossen! Ich brech sie auf! Ja, mach mal! Gah! Dreckstück! Dreckstück vor allem! Da kommen die Wachen! Modric, geh in Deckung! Ugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! Was ist das denn, Mann? Der kümmert sich den Scheiß um die! Oh mein Gott! Wieso geht das denn nicht? Geh mir aus dem Weg, Mann! Der ist schon weg! So, jetzt ist doch dunkel genug! Schubst mich doch nicht, Rodrik! So ein Bauer! Oh, von da! Ah, falsche Waffe! Was denn? Ach so, die haben ja wieder Licht! Oh nein! Oh, Junge! Man hat so viel Auswahl! Wupp! So, mach mal! Also, Stein für den, der da kommt! Und Licht ausmachen bei dem, was die in der Hand haben! Nein, 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 nein! Komm schon mit deinem blöden... Sehr schön! Das waren noch vier! So, den kann ich mir selber gönnen! Hö, warum waren es nur drei? Oh, da war Läbern! Ach, hier war noch was! Ah ja, siehste, die haben ja selber auch noch was, die Leichen! Hä? Rotten for the win! Scheiße! Toller Plan! Nein, na, Mieschen! Das können wir nicht! Wir werden verbrennen! Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird! Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle! Na, wohin denn, Mann? So, wir müssen irgendwie das Feuer ausmachen! Da drüberlaufen! Aua, aua, aua! Das geht nicht! Hui! Nur Mut! Nur Mut! Kannst du das übernehmen? Ist recht! Haben! Die Dicke schnittst gleich an! Beruhige dich! Stego, hast den Hauptmann der Inquisition besiegt! Lügner! Ach, das ist ein Schrank! So, warte! Jawohl! Okay, so! Oh, ich kann upgraden! Fünf Upgrades fehlen hier noch! Ah, Moment! Äh, erstmal schauen! Kann ich das wieder mitnehmen dann? Ne! Das geht nicht! Wow! Gut gemacht! Ich hab mich wohl etwas gehen lassen! Aufgepassen! Kurzen Prozess, Mann. Ich hab die gerettet. Ja, komm, zischt ab. Oh mein Gott, da oben. Ah, ich hab's schon gesehen. Äh, was ist das denn hier? Nur ne, ne Gasse? Oh, ich dachte, ich hätte das jetzt gesehen, aber nee. Weg, Rodrik.